Hallo YouTube, meine Lieben, es ist wieder Adventszeit und somit haben wir auch den 1. Dezembermorgen und es gibt wieder einen Adventskalender. Ich habe mir gedacht, jeden Tag öffne ich euch ein Türchen, ich habe euch auch was mitgebracht, ihr sitzt da in der Ecke und hier ist das hier bestellt. Das erste Häuschen vom Adventskalender und ich bin ganz gespannt, was drin ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass meine Frau mir das zusammengebastelt hat und zusammengestellt hat und ich mache jetzt jeden Tag mit euch ein Türchen aus. Fangen wir mal an, mal gucken, was in dem Häuschen hier drin ist. Also ich weiß, wir müssen das hier oben wegziehen. Ich müsste ja nicht kaputt machen, weil vielleicht kann man es ja wieder verwenden. So, da fällt die Schleife rein. Na, ich habe Wurstfinger, es tut mir leid. Sagt meine Frau auch immer. Aber macht ja nichts. So, also, dann holen wir nochmal hier das Schildchen raus. Die Nummer 1 bekommst du von mir. Ich gehe mal davon aus, wie hat sie mir jetzt auch gegeben, dass ich alle anderen dann weiter rausführen darf. Oder ich bekomme mein erstes Trecheln. Oh, weia. Jetzt wird es interessant. Ich hoffe, ihr seht es, also ich habe zwei Kameras. Wir bekommen einen Revell Easy-Click-System Traktor Deutz D30. Ja, ich gehe nochmal für die große. Wahnsinn. Der erste Teil ist die Anleitung. Ja, da bin ich auch gespannt, was in den nächsten 24 Teilen drin ist. Türchen. Nicht Teilchen. Ich bin aufgeregt. Entschuldigung. Macht man ja auch nicht alle Tage. Und ja, verzeiht es mir also. Wir bauen in den nächsten 24 Tagen einen Deutz D30 zusammen. Ich freue mich. Und das wird bestimmt ein Riesenspaß für uns alle. Vor allem, wenn ihr zuguckt, wie wir das Ganze hier zusammenbauen. Schritt für Schritt, also, lasst mich da überraschen. Ja, erste Köche geschafft. Ich wünsche euch schöne Adventstage bis zu Weihnachten. Lasst euch dann auch weiche bedenken. Aber das kommt dann natürlich alles noch am 24. Im nächsten Video. Das war es dann auch erstmal für heute. Waren nur knappe drei Minuten, aber das macht ja nichts, weil es kommen ja noch 23 weitere Häuschen. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt Advent, Advent. Wir öffnen ein Advents-Questchen. Bis dahin, euer Kolke. Ciao.